Tag Leute, ja an dem Video, das ist sozusagen ein kleines Special, mach ich mal sagen, Unboxing Special Video, ja, denn die 2000 Abonnenten haben wir jetzt auch überstanden, deswegen großes Dankeschön an euch alle, ja, jetzt hab ich mir gedacht, ich mach ein kleines Unboxing Video über, ja, man sieht's vielleicht schon, ich hab's schon mal ausgepackt, reinzuschauen, ob alles dabei ist und so, von Energetics, meine neuen Kurzhantel, ja, was gibt es darüber zu sagen, ähm, es sind 1,25 Kilogramm Handeln, also, äh, zwei Stück sind natürlich dabei, und dann so zweieinhalb, also, wie gesagt, ist ein Kurzhantel, man kann sich auch noch, äh, das Ganze erweitern, mit, äh, mehr Gewicht, also an den Scheiben, ja, die werden natürlich, wie gesagt, äh, ich packe's euch alles aus, dann seht ihr's besser, so, hier sieht man's, das ist, äh, ein handfester Griff, der ist richtig, äh, muss man sagen, richtig geil gemacht, und, äh, da macht auch das Training Spaß, und hier oben, kommt, äh, jetzt die Scheibe, ich kann's auch mal demonstrieren, wenn es klappen tut, wie ich will, kommt das Ganze hier rein, äh, sorry, wartet mal, so, ähm, so sieht das Ganze aus, ja, dann, äh, wird es hier, ich zeig's euch mal, hm, ja, es müsste stimmen, so, wie gesagt, wird's halt so, da drauf gemacht, bis zum Anschlag, da müsst ihr's halt ein bisschen festmachen, das gleiche wird auf der anderen Seite auch gemacht, ja, und dann könnt ihr schon, äh, die Handeln stemmen, ähm, ja, das war mein kleines, äh, ich muss jetzt mal sagen, Unboxing-Video, Special Unboxing, keine Ahnung, wie ich mir sowas nenne, jedenfalls, äh, vielen Dank nochmal für die vielen Abonnenten, macht weiter so, ja, und, ja, jetzt fragt mich, was ich aufnehme, ja, ich nehme mit meinem Handy auf, aber, äh, wie gesagt, ich versuch, meine ganzen Videos zu verbessern, äh, beziehungsweise, besser hinzubekommen, denn, äh, ja, ich achte schon ein bisschen drauf, dass die Qualität auch was wird, das war's wieder, Leute, ähm, könnt gerne einen Kommentar hinterlassen, oder auch, äh, wenn mir gefällt mir, was weiß ich, ähm, ist euch überlassen, jedenfalls, viel Spaß, bis zum nächsten Mal, euer 6258 Sebastian, tschüss Leute, bis zum nächsten Mal, 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 Vielen Dank.